Was machst du da? Bleibst du jetzt da sitzen? Ich glaube, ich muss niesen. Oder? Nee, doch nicht. Fühlt sich nur so an, aber nee. Fehlal. Ihr hatten alle schon was mit Bigs. Das sagt ihr mir jetzt, nachdem ich geheiratet habe. Findet ihr das nett, Chat? Findet ihr das in Ordnung? Also erst mal dreht ihr mir den an, weil ich eine Chat-Abstimmung gemacht habe, ob ich ihn heiraten soll. Dann klickt ihr alle auf Ja und danach sagt ihr mir so was. Really? Hallo Papa, danke für deinen Follow. Vielen Dank. Was seid ihr denn für eine Community? Jetzt mal im Ernst. Lasst ihr mich jetzt hier ins offene Messer rennen? Zeit vom Waschen. Muss man zweimal durchwaschen. Ich mach das mal kurz, dann komm ich wieder. Ich sag's euch noch, das wird ein Abenteuer mit den Katzen. Pass auf, haltet euch fest. Wisst ihr, was die mir geantwortet haben? Ich war geschockt. Ich saß da und dachte so, das ist so nicht dein Ernst. Ich dachte erst, die verarschen mich. Da sagen die, da sagen die, ja wir gehen wandern. Die gehen wat? Die gehen wandern, Leute. Wandern. What the fuck wandern. Ja, danke. So hab ich auch geguckt. Wie wandern. Wie jetzt wandern. Was meinst du mit wandern? Fünf Minuten und dann irgendwo hinsetzen und chillen oder was? Nee, nee. Wandern. Wir sind auch letztens noch keine Ahnung wo gefahren. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Weil, sonst würde ich ja lieben, wo ich herkomme. Aber das ist halt, das ist so ganz viel Wald und so ein Scheiß. Kannst halt vernünftig und cool wandern. Da haben die sich echt ins Auto gesetzt. Sind anderthalb Stunden dahin gefahren. Zum Wandern. Und wieder zurückgefahren. Ich war total, war total lust. Die meinen das ernst. Die gehen wandern. Also richtig wandern. Das meinen die ernst. Vom Sofa aus Bett und wieder zurück. Nee, die wandern. Richtig. So zu Fuß. Wandern vom Bett zur Küche. Nee, die wandern. So richtig. Das ist, wo man draußen ist und so. Wisst ihr? Da, draußen. Weil das ist ja krass. Also dein Stream ist ja nicht unterbelichtet. Also, hab ich nicht gesagt. Ich mein, du bist nicht unterbeleuchtet. So, nicht unterbelichtet. Weiß schon, was ich meine. Aber jetzt gucken wir uns doch mal kurz den Vergleich an. Get-Tipsy damals. Get-Tipsy, nachdem er WoW angefangen hat zu spielen. Get-Tipsy, seitdem er komplett WoW süchtig ist. Was fällt euch auf? Unterbeländische Trist ganz gut. Nee, nee. Aber ist ja so. Was ist das hier? Was ist passiert? Cool. War das sonst auch? Hab ich ja noch nie gesehen. Guck dir das mal an. Die haben Hüte auf. War das immer schon so? Lol. Hier. Sogar der Kleine da. Der hat auch einen Hut. Das ist ja nice. Ich will auch so einen Hut. Ich brauch so einen Hut. War das schon immer? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ist ja witzig. Okay, man kann sich selbst eine Schwanzlänge aussuchen. Ja, that's what she said. Und hier ist mein Ring. Mein Ehering. Oh. Ja, den sollte ich vielleicht auch mal anziehen in Game, ne? Hab ich nicht gemacht. Verratet mich nicht, Schatz. Verratet mich nicht. Seht ihr nicht mal an? Seht den Ring nicht an? Was? Meine Frau hat den Ring nicht an? Was? Wer von euch hat das geleakt? Wer war das? Wer hat das gemacht? Egal, ist mir auch egal. Achso, Jens. Ich lass den an. Königin und Bigsers Traumpaar. Hör mal, ich seh das, Jens. Was du da schreibst. Das ist deine Traumfrau. Habt ihr recht. Ich lass mich mal petzen. Echt mal. Du petze. Ja. Bist du da? Wo bist du? Ja, ja, ja. Hab ich ihn gefunden? Weiß ich nicht. Okay, look nach oben. Oh ja, müsste sein. Ich schon im Bett? Oh, hallo. So, Leute. Wir müssen jetzt leider den Stream beenden. Wir müssen Dinge tun. Der macht auch einen Schaden mit dem. Aber ich weiß auch nicht genau, wie viel. Ich weiß nur, dass immer der Balken von dem so lang war, während der andere Balken von allen anderen nur so lang war. Kann ich jetzt keine Zahlen nennen? Müsst ihr Krümel fragen. Aha, sie müssten nur die Länge. Natürlich, immer. Krümel hatte halt den längsten. Was soll ich denn jetzt machen? Krümel beißt gerade in seine Tastatur und denkt sich so, oh mein Gott. Hat sie nicht gesagt? Doch. Oma Trude fällt vom Glauben ab. Ja, sag ich doch. Das ist der Gazastreifen der Kleingärtner. Die können sich dann auch jahrelang darüber unterhalten, um wie viel Uhr du deine Tonne nach draußen gestellt hast. Hast du schon gesehen? Die Elsbeth. Die hat einfach ihre Tonne rausgestellt. Um 10 Uhr. Nicht für die anderen. Was nimmt die sich raus, dass die ihre Tonne erst um 10 Uhr vor die Türe stellt? Wisst ihr so? Diese Nummer. Nee, 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 nee. Oh, der Heide hat geboilt. Die Links ist schon was los mit dem. Der ist ja boostet. Der Priest hat boostet. Warum leuchtet die komische Spinne? Ah, das ist eine Quest. Okay. Ich muss irgendwelche Spinnen zerquetschen. Gut. Da ist noch eine. Oh, oh. Ah! Ich wollte nichts. Ich wollte nur die dumme Spinne. Shit. Oh, Mann. Ah, laufen. Er macht Firi-Firi. Oh, hat erwischt mich mit Firi-Firi. Verdammt. Verfolgung. Ah, er wird mich fressen. Er hat mich. Egal, ich überlebe das. Voll overgeart. No problem. Everything fine. Ich kann nicht. Ja, Firi-Firi. Okay. Please tank him. Tank him sehr. You can stand sehr. Because of him. Firi-Firi. Und then we have to love hinter Linie. Genau. Ja, ich sieh's. Ist ich doof? Weil es zeigen vier auch bei uns, glaube. Doch nicht. Okay. Hab nichts gesagt. Okay, spannend. Ich muss mehr heilen als der normalen Fluss. Ah! Laufen. Er macht Firi-Firi. Oh, hat erwischt mich mit Firi-Firi. Verdammt. Verfolgung. Ah! Er wird mich fressen. Uah! Er hat mich. Musik Katze. Bin eigentlich nur hier wegen der Katze. Warte. Kommt. Katze am Start. Au, au, au. Toll, das haben wir jetzt davon. Gratulieren erledigt. Sehr gut. Au, au. Au, au, au. Mach die da. Die will immer auf der Stuhllinde sitzen. Deswegen hab ich ja meine Jacke da drübergehangen, damit der Stuhl nicht verkratzt. Ich hätte vielleicht den anderen angreifen sollen, möglicherweise. Warte, die alleine grad fertig. So was nennt man Fokus nicht. Klar, die anderen haben nur den Falschen angegriffen, Iggy. Das ist gar nicht so gewesen. Guck doch. Seht ihr? Jetzt gehen sie wenigstens mal auf den richtigen. Hier ist nichts markiert. Wie soll ich denn wissen, was ich hier machen muss? Jetzt beim Ernst. Ach so, ja. Nicht um Ausreden verlegen. Ja, ja, ja. Brauchst du immer für alles ne gute Erklärung. Das ist das. Wieso? Ist doch richtig. Der mit dem wenigsten Leben. Guck. Ja, woher soll ich denn wissen, welche Reihenfolge? Für mich ist das dann eine Eisfalle. Von dem Jäger, den wir nicht dabei haben. Der Totenkopf ist doch schon tot. Ja, also, das Blaue ist Eisfalle. Das war schon in Vanilla WoW so. Guck mal, jetzt sind, hier, seht ihr? Jetzt, jetzt, jetzt läuft das Game hier auch. Seht ihr? Jetzt wird hier auch markiert, wer hier getötet werden soll und wer nicht. Ja, dass wir auch alle dasselbe Entfokusen. Ja. Wäre jetzt lustig, wenn ich jetzt irgendwie auf den Falschen gegangen wäre, aus Versehen das nicht gemerkt hätte. Das ist jetzt nicht wirklich den Boss? Hast du nicht getan? Guckt euch das an. Er hat den Boss markiert. Ja, siehste. Was ist jetzt mit dem Ad? Das Ad muss zuerst sterben. Also musst du jetzt den Totenkopf auf das Ad machen, oder nicht? Ja, deswegen habe ich das jetzt auch nicht angegriffen, weil es nicht markiert war. Blaues Frostschaden, genau. Das Blaue Mark ist halt nur für die, die Frostschaden machen. Ich bin aber Feuermagier. Also gehe ich, worauf ich will. So. Nicht im Ernst. Nein! Ich habe... Das gibt es doch nicht. Really? Nochmal? Es ist schon so sein. Ja, Higi, das ist eben schon mal passiert. Genau dasselbe, als du noch nicht da warst. Ich habe schon... Das soll ich keinem erzählen, ey. Willst du eigentlich Haustier gewinnen, Higi? Darfst du auch mitmachen, ne? Das ist frei für alle. Ausdruckzeichen Wind, Leerzeichen 1. Was machst du da? Ich war das nicht. Man hat mich geschubst. Das habt ihr doch gesehen. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin geschubst worden. In die Lava. Genau so war das. Das war ein übler Schubser, seht ihr? Brudi Völler hat das auch gesehen. Weiß nicht, was ihr für Tomaten auf den Augen habt. Ich war das gar nicht. Hätte man mal einen Rucksack mit Joghurt gehabt, dann wäre es nicht passiert. Ja, genau. Richtig. Ich bin wieder zurück von einer langen und beschwerlichen Reise. Wirklich, was hast du denn gemacht? War es auf Klo? Oder war es... Dann, guckt mal, was er gemacht hat. Wir haben doch im Stream darüber geredet, Kürbissuppe zu machen. Wisst ihr noch? Jemand hat doch gemeint, er macht Kürbissuppe. Dann habe ich doch gesagt, ich will auch Kürbissuppe. Und jetzt guckt mal, was er gemacht hat. Er hat gestern Kürbissuppe gemacht und hat in den Kürbissuppe meinen Namen reingeschnitzt. Ich habe ungefähr so geguckt. Wirklich? Richtig nice. Aber ich... Willst du auch einen? Komm her. Lecker. Willst du einen haben? Hier, nicht aus der Schachtel. Ja. Nochmal schön. Ne? Willst du nicht? Normalerweise magst du die doch. Seht ihr? Habt ihr gesehen? Er hat ihn weggenommen. Katzen würden Reishunger kaufen. Megasüß, ey. Da sind nicht so viele Portale. Da sind so und so viele Blumen und mit denen... Lol, ich bin voll in die Blume reingefallen. Habt ihr es gesehen? Was war das, Lol? Scheiße. Der hat kein... Oh, fuck. Der hat kein Reit hier, Dings. Oh, jetzt denken die bestimmt, ich will die trollen, ey. Sorry, sorry, sorry. Das ist überhaupt keine Absicht, meine Freunde. Ich komme, ich komme jetzt. Ich bin unterwegs. Oh, oder auch nicht. Oh nein, ich bin zu Asser geworden. Denken die, ich troll die. Ich will die gar nicht trollen. Oh, es tut mir so leid. Okay, wisst ihr was? Wir gehen andersrum. Scheißegal. Wir gehen hier lang. Oh, die denken auch, die trollt uns doch. Oh, sorry, sorry. Lol, lol, lol. Ich habe gedacht, ich habe drei Tierschuhe. Noob. Ja, Mann. Hast du das gesehen? Legio. Scheiße. Die Arme, ey. Die denken so, Gott, was macht die? Die will uns trollen mit der Rio. Oh nein, ich muss mal hier Dings machen. Ich mache mal so ein Zoom. Hier hoch rein. Das ist nur mit den Klippen, doll. Oh nein. Ich würde dir ja gerne helfen. Nee, du bist arbeiten. Kannst du mir heute Abend helfen? Wie sich das anhört. Ja, that's what she said. That's what she said, meine Freunde. Guck mal hier. Wir brauchen nur da Dingsbums hinter dem Pfeil hinterher. Das ist Zornkönigin sicher. Ja, das kann sogar ich. Ohne Pics. Das ist hier in Bics ist ersetzt worden. Schaut euch das an, ja. Den brauchen wir nicht mehr. Candybuckets geht einwandfrei. Okay. Da ist die Tante doch hier. Zidormi-Tante. Zeigt das Candybuckets einem auch an, wenn man zidormieren muss? Zidormieren. Zornkönig hat wieder ein neues Wort erfunden. Zidormieren. Zornkönig ist das schon. Das ist schon wieder so herrlich. Oh je. Oh, das Licht schlockert. Oh, offensichtlich habe ich mit ihr geredet. Wartet, machen wir nochmal. Was hast du gesagt? V, ne? Oh, offensichtlich habe ich mit ihr geredet. Oh, mein Gott. Scheiße. Ich glaube, ich bin tot. Bin ich tot? Man hat mich angedingsd. Ich bin tot. Hallo, hallo Chris. Du gehst doch auf. Nee. Kann ich nicht öffnen. Ah! Das muss ich klippen, warte. Danke, dass du mich retten wolltest. Ich habe mich sehr erschreckt. Ah! Der hat die Tür zugemacht. Ich will hier raus. Lass mich raus. Ah! Wie geht diese Scheißtür auf? Okay, alles gut. Ich will... Oh, meine Katze... Oh, ja, alles ist gut. Alles ist gut. Meine Katze ist hier schon am Start, weil die Angst hat, dass mir irgendwas passiert ist. Ja, es ist alles gut. Nichts passiert. Vielleicht doch. Aber nee, mach dir keine Sorgen, Floki. Ich bin alleine. Schatz! Nee, ich will nicht gucken, ob der das Buch geschrieben hat, dass er weggeht. Muss man den dafür alleine lassen? Keine Ahnung. Ah! 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 Das ist so wachbar. Untertitelung des ZDF, 2020